so da sind wir auch wieder bei penumbach und ja wir haben letztes mal den benzin kanister gefunden wofür auch immer und ich weiß nicht wohin ich weiß nur dass wir eine tür wo wir nicht weiter können und das wäre meine einzige idee wo wir hin müssen aber naja warten wir es ab ich muss erst mal alles suchen bevor wir gekillt werden vom hund auch doggie hau ab nämlich mit der säge weiter ist ja ein holzbrett und da ist ja eine säge mal logisch und klappt ja weg 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 und ab jetzt fühle ich mich sicher was passiert jetzt ein hundeschild na toll ja ok jetzt fühle ich mich verarscht ich meine ich dachte jetzt kommt irgendwie ja du bist sicher was ist noch mehr ungewissheit juhu ach ja ist doch schön karte keine karte ist gut hoch links hoch links ja mehr wege gibt es hier nicht ich denke aber hier wartet auch ein hund aber ich sehe ihn noch nicht ich höre ihn aber wo ist er irgendwo höre ich an was auch nur nein rennen 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 da da ist die tür die tür so nah boah fuck alter ach toll alter hier sieht es ja noch dunkel aus war knall mir erst mal schmerzmittel rein speichern ja verdammt das gibt es doch nicht ein stecker ja wo ist die steckdose jetzt die frage das ist eine gute frage passt es nicht rein ist der falsche stecker oder wird okay das ist ein bohrer ja jetzt die frage was machen ach da ist eine steckdose komm mal hier stecker klack ein stromkasten schön zu wissen da brauchen wir den schlüssel wahrscheinlich ja die kanister den tumme wohl da rein der deckel des kanisters ist total zugerostet ich muss ihn irgendwie auf bekommen ja womit macht man ein kanister deckel offen mit feuer ach was ist das lager ich okay also ihr würd sehen wenn ich selber da wäre ich wäre schon tot weil ich mir denke ein kanister den mache ich mal mit dem feuerzeug auf am besten noch an machen okay dann brauchen wir irgendwas zum deckel öffnen sehr toll und ja face front bam du bleibst hier du gehst nicht weg du bleibst hier so schrott bist du schrott ja nur ein guter zombie hund ist ein toter zombie hund was haben wir hier drei teile server drin naja da war nichts hier ist auch nichts und da ist auch nichts toll ich denke mal hier spawnen wenigstens paar teile aber nö ich spiel ja da kann nichts spawnen in diesem zettel bericht bla bla er ist sorry aber das ganze lesen dann gehen da paar parts für nix weg ich höre schon wieder am und sie das heißen und ist hier irgendwo toll gas behälter ja was bringen mir gas behälter bitte genau nicht war wo kommst du denn er rennen rennen der hund ist ziemlich nah auf meiner fährte wir brechen uns immer alles hier da liegt der andere tote shit was mache ich jetzt also ein stecker haben wir hier wohl ja toll jetzt haben wir zwei stecker in wie bekomme ich das denn hammer tatsache okay dann nehmen wir den hammer und rein gefüllt oder wie machen wir es an okay so einfach ja vielleicht könnte ich doch bauarbeiter werden wenn es so einfach ist einfach schlüssel rein und hebel nach oben drücken dann fährt es das wäre geil ich glaube man das ist nicht so einfach eigentlich na ja speichern wir wer weiß was da jetzt kommt da ist auch noch was dynamit und leuchtsignal okay da ist es auch sehr dunkel ja eine tür was anderes bleibt uns nichts über was wackelt hier so schnell rein in die tür hallo scheiße was was weg hier warum weg hier egal einfach runter tot scheiße ja jetzt müssen wir auch noch weg rennen toll so rein da scheiße ja wie kommen wir jetzt hier weg das ist die große frage scheiße nein danke was war das denn okay das war jetzt nicht sehr toll wie was das ding war gigantisch okay was für ein ding ich habe da nur was schwarzes herrollen sehen oh man oh gott was ist das für ein raum es wird ja immer komisch so ja hatte kurzen leck aber wieder da ja mein mikroprogramm ist abgeschmiert aber okay wir sind hier in dieser ganz dunklen gasse und ich habe wirklich keine ahnung was ich hier machen muss und da ist so eine scheiß spinne und noch eine ich hoffe die sehen mich hier nicht oh oh die sieht mich geh kaputt ha haut ab scheiß spinne ich kann nicht erkennen wohin dieser kabel von diesem hebel führt was was ist jetzt los oh oh armee ach armee alarm ja das finde ich jetzt nicht gerade sehr fair wo kommt dieser alarm her ja schön was mache ich jetzt am besten oh scheiße weg 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 also langsam drehe ich hier am rad die tür ist was im griff was hä oh muss ich den hebel drücken und dann ganz schnell hin rennen oder was oh kacke wie viele spinnen sind denn da da müssen wir jetzt tempo so los egal was kommt da war schon eine rennen philipp ach die tür ist auf rennen yeah was jetzt warum ist alles dunkel hallo was war das oh mein gott nicht euer ernst also langsam bin ich hier echt fertig mit das spiel oh kacke da ist schon eine töle der sieht mich sogar nein was wackelt denn alles auch noch der sieht mich ja rund renn da rein scheiße ey was ich hier mache ist nicht sehr gut in ein unbekanntes gebiet einfach mal einen hund angreifen und der rennt auch noch weg na toll wo ist der denn drin im boden ja holt noch mehr toll da könnten wir rein obwohl es hier auch nicht gerade sehr toll aussieht diese tür geht nicht auf ach ein beleuchteter raum zu und hier versperren so hier fühle ich mich sicher toll erste hilfekasten ohne was drin ja toll muss ich aus so einen schönen raum wieder raus also wenn das mal nicht klasse ist ich finde es nicht klasse was kann man hier eingeben ah scheiße 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 also hier guckt euch den raum an das sagt doch schon alles ach du scheiße ein hund nein die tür ist also das spiel bringt mich echt am ende da rennt auch noch vor mir rum und ich bin tot bevor ich vor der tür ankommt toll schrottvieh ja so bin ich wieder hier tolle sache jetzt die frage was machen überhaupt also ein cold finden das wissen wir so her hallo das geiles ist sehe hier kaum was und wenn ich mit taschenlampe rumrenne dann jage ich alle hunde nach mir und da ist noch einer wie schön dass die tür wieder jetzt komme ich rein hahaha was scheiß ja nee ist klar na toll ich bin tot so oder so wunderbar ja komm frisst mich treffen ja haben alter also das ist schon schwer aber richtig schwer ein schrank ich weiß nicht ob ihr das erkennt ich erkennt selber kaum alter hier ist es so dunkel komm schon habe ich schon den code irgendwo also ich sehe hier keinen na super shit 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 naja ich würde aber sagen wie es weiter geht sehen wir aber beim nächsten mal weil ich bin ein bisschen fertig vom spiel also bis dann leute und ciao